Herzlich willkommen im Schoflädele in Bad Hindelang. Auf 400 Quadratmetern bietet ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte, größtenteils aus eigener Herstellung. Nachhaltig und mit natürlichen Ressourcen betreibt Familie Blanz eine 30 Hektar große Landwirtschaft. 200 Schafe liefern neben Wolle auch Frischfleisch für Privatkunden oder Gastronomie. Mit viel Freude und vollem Einsatz schafft das Team im Schoflädele eine familiäre Atmosphäre, in der sie sich rundum wohlfühlen und in Ruhe stöbern können. Lassen sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Im Schäferladen erwartet sie das größte Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands. Neben den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten finden sie hier schicke Naturmode, auch fürs Kind. Die handgemachten Wollteppiche sind nur ein Highlight des Schäferladens. Neben fertig gewebten Teppichen können sie ihre eigenen Wünsche individuell verwirklichen. Aus einer großen Farbpalette können sie sich ihren strapazierfähigen und robusten Bergschafwollteppich weben lassen. Oder sie nutzen das umfassende Naturmatratzenangebot und schlafen erholt und gesund. Sie werden kompetent beraten und erhalten genau die Matratze, die am besten zu ihnen passt. Das gesamte Team im Schoflädele freut sich auf sie.